So, ich lasse einfach mal so hier mitten in der Menge mitlaufen und hier drüben ist die Straße, da geht der Zug lang. Diese Information ist nicht länger in deinem Land verfügbar, das kennen viele von YouTube. Okay. Mir ist das irgendwie total egal, was das von mir halten muss. Für die ganzen Passanten, die hier nebenan stehen, reint euch gerne mit ein, wir sind uns vierte gegen ACTA. Für die Freiheit. Oder ihr ruft einfach mal die Homepage auf stoppacta-hamburg.de, da findet ihr auch weitere Informationen dazu, was überhaupt ACTA ist und es definitiv nichts Gutes ist. Also informiere euch mal selber darüber. Und mir hat sich mittlerweile eine Passantin angeschlossen, ich würde sie gerne noch mal schwarze Masken, schwarze Masken sieht man selten. Kannst du den Zuschauern kurz erklären, hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur so als Jux und Dollerei? Medizinisches Personal, alles was medizinisches Personal ist, muss ich sagen. Okay, das wissen viele Menschen auch nicht. Das heißt, ich werde sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, sollte es zur Ausschreitung kommen, dass Menschen da sind und anderen Hilfestellungen geben können oder auch zur Hilfe da sind. Von daher auch hier durchdachte Sachen.